Beim 120. Schützenfest in Wiefelstädte waren die Kinder los. Vom Rathaus zogen die Kleinschützlinge in Richtung Schützenplatz. Bewaffnet mit Blumen, verzierten Stöckern, brachen die Kids ganz nebenbei einen Weltrekord. So viele geblümte Kinder hat noch kein anderes Dorf bei einem Schützenfest gesehen. 373 an der Zahl passten so kaum auf das Foto. Nun werden wir dieses Ergebnis nach London mailen und dann sehen wir mal, ob das ein anerkannter Rekord ist für das Guinness Buch der Rekorde. Für die Kinder war der Rekord eher Nebensache. Sie scherten sich nicht um das Guinness Buch, sondern vergnügten sich lieber in den Fahrgeschäften oder anderen Aktionen. Die konnten bei den Kleinen am meisten punkten. Am liebsten fahre ich Autoscooter. Die Karussells? Ja, bei mir auch die Karussells. Auch wenn hier und da geschossen wurde, mit dem Schützenfest der Erwachsenen hatte das Kinderschützenfest nicht viel gemeinsam. Die Seifenblasen von Paule Witzig waren auch viel interessanter als ein Papagoi. Trotzdem ist das Kinderschützenfest fester Bestandteil der Traditionsveranstaltung. Für die Wiefelstädter Herren gab es am Abend noch etwas Besonderes. Die Wahl zu Schützenliesel 2013. Das ist nämlich eine Sympathiewahl, wo alle Männer wählen dürfen. Es gibt hier also keine Bikini-Runde. Jeder versucht sich so gut wie möglich zu verkaufen und bekommt dann, wenn sie tatsächlich dann Schützenliesel wird, ein Geschenk über 1000 Euro und dazu ein SLK von einem Autohaus aus Oldenburg. Und die zweite und dritte Hofdame, die erste und die zweite Hofdame erhalten jeweils 300 Euro und ebenfalls ein Pio für ein Wochenende. Spaß hat es wohl jeden an diesem Tag gemacht. Und der eine oder andere wird wohl später auch eine Schützenuniform tragen wollen. Und der eine oder andere wird wohl später auch eine Schützenuniform tragen.